Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1664 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es tut mir leid, dass ich dein Geheimnis verraten habe, aber die anderen haben es auch getan. Es tut mir leid, dass ich dein Geheimnis verraten habe, aber die anderen haben es auch getan. Ich bin Hausarzt und kenne die Familie schon lange. Da ich in der Nähe war, habe ich sofort vorbeigeschaut. Ich bin Hausarzt und kenne die Familie schon lange. Da ich in der Nähe war, habe ich sofort vorbeigeschaut. Ich bin Hausarzt und kenne die Familie schon lange. Da ich in der Nähe war, habe ich sofort vorbeigeschaut. Endlich kommt Johannes. Warum bist du heute so spät? Ist etwas passiert? Wenn ich beim Bezahlen zwischen Bargeld und Kreditkarte wählen kann, wähle ich immer die Kreditkarte. Wenn ich beim Bezahlen zwischen Bargeld und Kreditkarte wählen kann, wähle ich immer die Kreditkarte. Ich habe immer Zahnseide zu Hause. Sie ist unentbehrlich, wenn es um die Reinigung der Zähne geht. Ich habe immer Zahnseide zu Hause. Sie ist unentbehrlich, wenn es um die Reinigung der Zähne geht. Ich habe immer Zahnseide zu Hause. Sie ist unentbehrlich, wenn es um die Reinigung der Zähne geht. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals erhalten habe. Jeden Tag nehme ich mir Zeit für längere Meditationen. Ich bin froh, in diesem Unternehmen als Designerin zu arbeiten. Hier kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich bin froh, in diesem Unternehmen als Designerin zu arbeiten. Hier kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Mein Mann und ich putzen das Haus immer zusammen. Momentan stürmt alles auf mich ein. Momentan stürmt alles auf mich ein. Ich muss mich konzentrieren und eins nach dem anderen abarbeiten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Als junge Eltern haben wir uns entschieden, die Kindergartenpädagogik zu revolutionieren. Ich habe heimlich Schokolade gegessen. Sie ist so lecker. Ich habe heimlich Schokolade gegessen. Sie ist so lecker. Komm in meine Arme. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Komm in meine Arme. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Der Baren gehört zu den Geräten, die im Kunsttonen hauptsächlich von Männern benutzt werden. An dieser Stelle solltest du noch eine Änderung durchführen. Dann funktioniert es besser. Eine Frau sitzt vor einem Glücksspielautomaten. Glücksspiele können süchtig machen. Eine Frau sitzt vor einem Glücksspielautomaten. Glücksspiele können süchtig machen. Wir haben diese antike Uhr in einem Londoner Museum gesehen. Wir haben diese antike Uhr in einem Londoner Museum gesehen. Den Luftdruck in den Reifen kannst du kostenlos an der Tankstelle prüfen. Den Luftdruck in den Reifen kannst du kostenlos an der Tankstelle prüfen. Ich suche Krabben im Meer. Heute sind nicht mehr viele zu finden. Ich suche Krabben im Meer. Heute sind nicht mehr viele zu finden. Mein Freund arbeitet im Ausland. Wir machen jeden Tag einen Videoanruf. Mein Freund arbeitet im Ausland. Wir machen jeden Tag einen Videoanruf. Jetzt habe ich die Brillenfassung gefunden, die am besten zu mir passt. Jetzt habe ich die Brillenfassung gefunden, die am besten zu mir passt. Hier werden jede Woche Möbel günstig versteigert. Jetzt habe ich die Brillenfassung gefunden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Jetzt habe ich die Brillenfassung. Jetzt habe ich die Brillenfassung. Ich bin die Brillenfassung. Ich�te dich an. Das ist ein Licht. Ich steige die Brillenfassung.